Ja, ich habe eine Ballade geschrieben. Sie heißt Im Wald, da sind die Räuber. Alles beginnt in einer Landschaft. Dort fährt man sich des Wetters standhaft. Die Straße ist eine flache Rutsche und drauf fährt eine schwarze Kutsche. Ein Pärchen hat sie sich gebucht, das wie der Kutscher schrecklich flucht, weil sie nie durch Gewitter krochen im Traum von ihren Flitterwochen. Lasst uns in diesen Wald dort fahren, spricht man gleich anderen Selbstmordpaaren. Es führe unser Pärchenwald besser nicht in den Märchenwald, wenn man halt nicht so blind wie Scheu wäre, denn im Wald, da sind die Räuber. So hört man auf der Räuberhöhle schmatzen und rausgegröle. Die Räuber hier in diesem Wald machten schon so manchen kalt, zum Beispiel ein Brillenbär, der schmeckt jetzt nach dem Grillen sehr. Ein Haufen wertiger Hyänen kaut Stinken mit kariösen Zähnen und an der Wand vom Felsendom kondensiert Testosteron. Einer zieht sich die Bärenhaut an, das ist der fiese Räuberhauptmann, mehr Tier als Mensch, ein Berg aus Muskeln, er spricht tief und nur in Majuskeln. So, Schluss jetzt mit dem Üben alle, jetzt werden wir mit Überfallen. Was echt, der ist so heim verwirrt, dass er sich in so einem Wald verirrt. So springt der ganze wilde Haufen plötzlich, so dass die Pferde schlaufen vor das bremsende Kutschengefähr, das nun in Räuberputsch erfährt, beschreibe Gegrüns. Es wirkt fast wie geprobte Choreografie. Der Kutscher hält so gleich und flucht, bevor er schnell das Weite sucht. So draußen und im wagen Innern hört man wen verzagend wimmern. Willst du wirklich, dass ich da rausgehe? Da ich nicht nach dem Kämpfer aussehe, bist du dann, wenn es knapp wird und du sprachst. Das ist eine Abkürzung. Na gut, so macht der Bräutigam die Tür auf und bereut es dann. Er schaut in acht recht fiese Fratzen samt acht Kurzschwertern, die ihn kratzen. Ha ha, Geld oder Leben? Ich werde mich euch so nicht ergeben. Werde mir noch eine Gnadenfrist holen. Er zittert vor meiner Pistole. So ein Ding, da sah ich so noch nie. Ha ha, das ist Hochtechnologie. Ha ha. Das ist der neueste Scheiß, das funktioniert hier. Wer weiß, der Bräutigam und Technikfreak erkämpft sich einen Taktik-Sieg. Schnell schießt er einen Räuber laut an. Das war der fiese Räuberhauptmann, der stirbt und sagt in Stierer Sicht. Weißt du das? Kapier ich nicht. Normale Menschen flöhen nun, wie's vor dem Gift die Flöhe tun. Räuber sagen zur Todesqual nur voller Spaß. Na, das ist normal. Tja, so schnell geht's nicht. Ich muss noch laden. So hat unser Bräutigam noch gerade. So ist es schon. Nach dem ersten Schuss mit Schießen, dann fürs erste Schluss. Haltet ein, schenkt mir mein Leben, dann will ich euch meinen Schatz geben. In dieser Kutsche sitzt ein Fräulein, nehmt sie, ihr werdet's nicht bereuen. Na gut, die Frau werden wir pfänden und sie statt deiner gleich hier schänden. So bietet der Feigling sich verkaufen wie nichts. Er wird sich bald verlaufen, stirbt verirrt im Abwärtssprung nach der hundertsten Abkürzung. Äh, die Räuber öffnen nun die Pforte zur Kutsche. Ihnen fehlen die Worte. Sie zappern, grunzen, geifern, schreien. Einer sprüht sich mit Old Spice ein. Vor ihnen steht die Frau voll Wut und sagt, mich schänden? Also gut. Wer will denn hier der Erste sein in eurem FIFA-Wertverein? Los, los, ich will geschändet werden. Einer verkriecht sich in der Erde, ein Zweiter klettert auf einen Baum. Das Bild entspricht nicht ihrem Traum. Schon, dass die Frau sie überragt an Größe, macht sie sehr verzagt. Sie wissen zwar, dass sie sie wollen, doch nicht, was sie jetzt machen sollen. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Ein Räuber liegt nicht aus dem Stand. Warum lebt man im Wald? Ganz nüchtern betrachtet, klar, man ist halt schüchtern. Und ist die Beute Selbstbewusstes mit dem Selbstbewusstsein Schluss? So kommt es anders, als man dachte. So wie ich mir das hier betrachte, braucht ihr wohl wen, der euch zureitet oder zumindest führt und leitet. So tönt's schüchtern. Ja, ja, genau. Oh, aber du werdet unsere Räuberhauptfrau nur tut uns nichts. Na gut, dann orde, übe ich mit euch Brandschatz und Morde. So übernimmt die Frau die Führung und sagt zum Abschluss ohne Rührung. Ihr bietet mir hier die Herberge und ich war schon euch sieben Zwerge. Hier wird niemand anders mehr König statt mir. Schließlich bin ich tausendmal schöner als ihr. Ich bin die Queen unter den Flittchen, aber für euch bin ich Schneebittchen. So legt sie mit den Mehrzweckschutten, lässt sie bald auch im Bergwerk schuften. Genießt den Dienst ihrer wandernden Wichte. Was dann geschieht, ist eine andere Geschichte. Vielen Dank.